Die Farben der Schmetterlinge. Wie kommen sie zustande? Die Vielfalt der Farben wird in der Tropischen Schmetterlingsausstellung im Botanischen Garten in Wuppertal erkundet. Neben dem auffällig gefärbten Leopardnitzflügler gibt es unter den Schmetterlingen auch viele andere Farben zu bestaunen. Das Rot und Schwarz des Postboten, das Grün des Malachitfalters, das Gelb des Königspagen, das Blau des Himmelsfalters, das Weiß der Baumnümpfe oder das Orange der goldenen Häkale und des Monarchfalters. Wie kann diese Farbvielfalt erklärt werden? Zwei Phänomene scheinen für die Farbvielfalt der Schmetterlinge verantwortlich zu sein. Die Farbpigmente und die Oberflächenstruktur der Flügel. Mithilfe eines Binokulars wird ein Flügel des Monarchfalters genauer untersucht. Bei einer 50-fachen Vergrößerung werden auf der Flügeloberseite hunderttausende dachziegelartig angeordnete Schuppen sichtbar. In einer Aufnahme mit einem Lichtmikroskop sind bei den einzelnen Schuppen kleine Stifte zu erkennen, über die sie mit der Flügelhaut verbunden sind. Bei dieser Vergrößerung sehen wir in den Schuppen Farbpigmente eingelagert. Diese sind für den größten Teil der Schmetterlingsfarben verantwortlich. Die Pigmente absorbieren und reflektieren Licht unterschiedlicher Wellendenken. Wird zum Beispiel der grüne und blaue Anteil des Lichts absorbiert, nehmen wir rot wahr. So kommen je nach Pigment die unterschiedlichen Farben zustande. Der Monarchfalter besitzt die im Tierreich am häufigsten vorkommenden Pigmente, die Melanine, orange, braun und schwarz. Für die Farbvielfalt der Flügel sind jedoch nicht nur die Pigmente verantwortlich, sondern auch die Struktur der einzelnen Schuppen. Zur Klärung des zweiten Phänomens wird ein Flügel präpariert und in einem hochauflösenden Rasterelektronenmikroskop untersucht. Mit diesem können Schwarz-Weiß-Bilder der genauen Nanostruktur, das heißt der Oberflächenstruktur der Schuppen, sichtbar gemacht werden. Sie sind ca. 0,1 mm lang und 0,05 mm breit. Die Oberfläche der Schuppen besteht aus zahlreichen, übereinanderliegend angeordneten Schichten aus Chittin und weist zahlreiche Rippen, Rillen und Riefen auf. Trifft Licht auf die Oberfläche, so durchdringt es die transparenten Schichten und wird je nach Wellenlänge an unterschiedlichen Stellen reflektiert. Durch die zeitlich versetzte Reflexion kommt es zu Überlagerungen der Wellen. Diese können verstärkt oder ausgelöscht werden. Die Wellenüberlagerung wird in der Physik als Interferenz bezeichnet. Das zweite Phänomen der Farbwahrnehmung eines Schmetterlingsflügels basiert also auf der Interferenz der Lichtwellen, welche durch die Oberflächenstruktur erzeugt wird. Diese sogenannten Strukturfarben führen zu dem schillernden Effekt, den man besonders bei dem Blau des Himmelsfalters erkennt. Fassen wir zusammen. Die Farbvielfalt der Schmetterlinge basiert demnach auf zwei Phänomenen. Den eingelagerten Farbpigmenten und der Oberflächenstruktur der Schuppen. Zuletzt soll noch eine Frage geklärt werden. Was ist der Schmetterlingsstaub? Bei dem Staub handelt es sich um die Farbschuppen des Schmetterlings. Wenn man ihn anfasst, fallen die sehr leicht ab. Es ist allerdings nicht so, dass er dann nicht mehr fliegen kann. Lediglich die Farbintensität wird weniger. Man sollte aber immer beachten, wenn man einen Schmetterling anfasst, kann es sehr leicht passieren, dass ihm die Flügel brechen. Und dann kann er auf jeden Fall nicht mehr fliegen. Das wird dann einfach ganz 폅. Und dann kann er auf jeden Fall gehen. Wenn die Flügel brechen, dann Fellowssоры stfarben. Es wird dann ein Graham come. Bekkerneinatet-Obs Bekkerneinatet Fourth